Was wissen wir über den Ursprung, die Anfänge des Islam? Na ja, das ist ja schon das Wort, Wissen. Die Antwort ist leider nicht viel. Da gibt es extrem wenig, was man als Fakt und Gewissheit, also belastbares Wissen, bezeichnen kann. Es gibt mehrere Hypothesen von der Standardgeschichte, die Muslimen erzählt wird, bis zu Menschen wie mir, die nur das glauben, wozu es auch einen guten Grund gibt. Die Entwicklung des Islam über die Zeit vor Mohammed, die lasse ich jetzt mal weg, weil hier nur sporadisch echtes Material vorhanden ist. Es existiert, klar, aber auf der Basis meist von christlichen Texten, die, wenn auch nur sporadisch und rudimentär, arabisiert wurden. Ist das ein Wort, arabisiert? Na ja, ich nehme es halt mal. Und deswegen, es gibt da unheimlich viel Material, was man aber sehr schwer zuordnen kann. Das heißt, da muss man dann richtig tief eintauchen. Und deswegen werde ich dementsprechend auch nur zwei Versionen betrachten. Und auch nach dem siebten Jahrhundert. Und darauf werde ich dann ein bisschen eingehen und lasse die vielen, vielen Versionen vor und zwischen den beiden mal weg. In der sogenannten Sin, also der Standard Islamic Narrative, der Standard Erzählungen, die Muslimen beigebracht und von denen dann akzeptiert wird, kommt im Jahr des Elefanten auf der arabischen Halbinsel in Mekka ein Knabe zur Welt. Als Gnade für die Menschheit, wobei aus dem Geburtenkanal der Mutter angeblich ein Licht scheint, das die Paläste Syriens erhält. Na ja, der Junge wird Mohammed genannt, also der Gepriesener. Der Vater Abdullah, also wörtlich Sklave Gottes, war kurz zuvor gestorben. Und die Mutter Amina folgt kurz darauf. Mohammed wird vom Großvater zum Ziegenhirten- und Kameltreiber erzogen. Und als dieser stirbt, vom Onkel in Handeln und als Karawanenführer eingearbeitet. Und hier trifft dann das Auge einer reichen, einflussreichen Witwe namens Khadija auf ihm, die reichlich geerbt hatte und Mohammed heiratet. Obwohl er 15 Jahre jünger ist. Als dieser dann, mittlerweile 40-Jährige, in einer einsamen Höhle nahe Mekkas Ruhe sucht, kommt ein aus Photonen bestehender Engel und drückt ihn, um ihm die Botschaft seines Gottes zu überbringen. Von dem Gott des Islam, dem Allah des Islam, der Mohammed auserkoren hat, die nächsten 23 Jahre damit zu verbringen, die Buchstaben, die Worte und Sätze des Korans zu empfangen und an die Menschen weiterzuleiten. Er macht sich dadurch zunehmend unbeliebt, weil er den Menschen in Mekka, die angeblich von der Anfertigung von Götzenbildern leben, denen geht er ganz schön auf den Geist mit seinen geschäftsschädigenden Predigten über einen einzigen Gott, der besser, stärker und alles mögliche ist als die zig Götter der damaligen Mekkaner. Jahre später wird die dann folgende Flucht aus Mekka zum Anfangsdatum des Islam bestimmt, die Stunde Null. Nicht das Geburtsdatum oder die ersten Übertragungen, sondern das Datum, an dem Mohammed aus Mekka fliehen muss. Warum, das weiß keiner so richtig. Und bis zu seinem Tod, ca. 632 CE, an einem angeblich vergifteten Stück Fleisch, da finden wir endlos Geschichten, in denen Karawanen und Siedlungen überfallen und ausgeplündert, sowie zahllose Schlachten mit den zahlreichen Gegnern gefochten werden. Und dann kurz vor seinem Tod kehrt Mohammed mit einer ganzen Armee nach Mekka zurück und übernimmt die Stadt, kampflos. Er zerstört die Götzenbilder und Figuren und lässt alle Spötter von einst brutal umbringen. Er wird dann zum Vorbild, das Idol aller Muslime, ein Kriegsherr, ein Bote Gottes und ein Staatsmann zugleich. Und deswegen sagen Muslime heute noch, vor 1400, manche sagen sogar vor 1450 Jahren, wurde der Islam gestartet durch Mohammed. Wobei sie nicht sagen, ob das Sonnen, Mond oder was für Jahre das sind und wann genau die Meinung der Koran tatsächlich entstanden ist. Soweit die Standardversion zu den Anfängen des Islam. Wenn ich jetzt als Skeptiker, wenn ich Historiker befrage und belastbare Quellen betrachte, dann gibt es keinerlei Belege für die tatsächliche Existenz von Mohammed, so wie er in der Sonne beschrieben wird. Mekka taucht damals nirgendwo auf und entspricht auch nicht den geologischen, landwirtschaftlichen, kommerziellen und architektonischen Beschreibungen in den Texten des Islam. Wenn wir das mit den Fakten, die wir heute in Mekka sehen, vergleichen. Oder zum Beispiel eine Sonnenfinsternis, die in einem Text erwähnt wird, die findet nicht in Mekka statt, aber ca. 1000 Kilometer weiter nördlich. Ich finde eine Sprache, die abgeleitet wird von einer Region im Norden der arabischen Halbinsel, nicht im Süden. Und diese ist vermischt mit der Sprache der Navatea, die auch ihre Götter, die Grundlagen des Handelns sowie ihre Rechtsprechung beitragen. In den Texten finden sich außerdem Einflüsse von Christen, Hindus, Soraster sowie vorangegangener Zivilisationen. Und erst die Numismatik führt mich dann zu den tatsächlichen Anfängen des Islam. Allerdings haben die Münzen gegen Ende des 7. Jahrhunderts noch Gesichter, also Völle gegen die Tradition des Islam. Und eher ein christliches Kreuz. Und erst ca. 100 Jahre nach dem kolportierten Tode Mohammeds kommen die ersten Münzen in Umlauf, die Mohammed und den arabischen Gott in der vollständigen Schahada erwähnen. Die ersten Inschriften, z.B. auf dem Tempelberg in Jerusalem, deuten ebenfalls eher auf christliche Ursprünge hin und sind so auch nicht im späteren Koran zu finden. Die ersten Moscheen werden eher nach Jerusalem oder Petra ausgerichtet als nach Mekka. Und nebenan die Al-Aqsa Moschee, die Mohammed angeblich zu Lebzeiten besucht, wird erst ca. 621 CE fertiggestellt. Also etwa 100 Jahre nach Mohammeds Flucht aus Mekka. Und ist weder auf Petra noch auf Mekka ausgerichtet. Und dann nochmal 100 Jahre später, im 8. Jahrhundert, wird dann auch zum ersten Mal Mekka erwähnt. Die Biografien Mohammeds sowie die Traditionen werden dann erst im 9. Jahrhundert erstellt. Und der erste uns erhaltene vollständige Koran stammt aus Ende des 9. Anfang des 10. Jahrhunderts. Und wir haben heute Dutzende verschiedene Versionen des Korans in Altarabisch. Wie viele Kapitel frühere Koranversionen hatten und mit welchem Inhalt, das wird wohl nie ganz geklärt werden. Und heute müssen sogar Gedichte und Anekdoten, die Autoren aus dem 5. oder 6. Jahrhundert zugeschrieben wurden, neu datiert werden. Da die Quellen wohl wesentlich später anzutreffen sind, als ursprünglich gedacht. Das Verständnis über die Anfänge des Islam hat also höchst unterschiedliche Grundlagen. Da ich nicht davon ausgehen kann, dass jeden Brennen interessiert, was es mit den diversen Anekdoten auf sich hat, z.B. über das Jahr des Elefanten usw., dann werde ich die in separaten Videos behandeln. Also, als ich anfing, mich mit dem Islam zu beschäftigen, da war ich eigentlich der festen Überzeugung, dass uns endlos viele Texte zur Verfügung stehen, die uns die komplette Geschichte von Mohammed und den Anfängen des Islam erzählen. Und umso erstaunter war ich, als ich feststellen musste, nee, da gibt es nichts. Null. Das hat mich völlig, völlig überrascht. Und manche Fragmente, die den Sätzen aus dem Koran ähneln, sind im Gegensatz dazu bereits im 4. Jahrhundert angefertigt worden, also noch vor der behaupteten Geburt Mohammeds und ähneln eher christlichen Texten. Fragmente wie z.B. die Birmingham Folios, die immer wieder vorgebracht werden, die sind zwar mit einer Spanne von so ungefähr 568 bis 645 CE datiert worden, nur, das bezieht sich auf das Ausgangsmaterial, das Leder, nicht auf die Schrift oder den Inhalt. Und wer sich ein wenig mit den stilistischen Merkmalen der frühen arabischen Schriften auskennt, der wird auch sofort erkennen, dass der Text hier sehr viel später niedergeschrieben wurde, der noch dazu Abweichungen hat vom heute meistgebräuchlichen Hafskoran nach Rahasem von 1924. Wenn wir also realistisch in diese Zeit blicken, die Tatsachen berücksichtigen und ohne dass wir Wunschdenken da rein interpretieren, dann bleibt von der Standardgeschichte nicht viel übrig. Und dies ist die Standarddarstellung der zeitlichen Abläufe der Nachfolge direkt nach Mohammed. Nur gibt es auch hier keinerlei Texte, die das Geschilderte in irgendeiner Form belegen würden. Wo diese Namen, wo diese Figuren alle herkommen, das habe ich nirgendwo was gefunden so. Und das wird dann entsprechend in der Episode über die diversen Texte im Islam näher betrachtet. Da gehe ich dann nochmal drauf ein, wie, wo, wann, was. Und hier und heute bleibt jetzt nur zu sagen, dass die Anfänge des Islam anders aussahen als erwartet und auch heute anders aussehen als das, was wir eigentlich erwarten würden. Und das ähnelt eher einem arabisierten Christentum. Und leider stehen uns keine verlässlichen Belege über den Ursprung sonst zur Verfügung. Wir wissen also herzlich wenig über die Anfänge des Islam. Und so sind der Spekulation Tür und Tor weit geöffnet. Wenn ehrlich und offen die Tatsachen in Betracht gezogen werden, passen die vorherrschenden Darstellungen einfach nicht zusammen. Und das merkt man recht schnell. Nur kann auch bisher nicht mit Sicherheit bestimmt werden, was damals wirklich los war. Also wann, wie und durch wen was passiert ist. Das ist die Realität. Schade eigentlich. Oder eben nicht. Weiß man nicht. So, ich hoffe, ich mache hier etwas hilfreich ist. Und wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, gehe ich davon aus, dass wir es im Dialog klären können. Bis bald und viel Spaß bei den Islam-Info-Videos. Ciao for now. Ciao. 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 Ciao.